Wir haben Mittwoch und das ist wieder der Tag, an dem es eine neue Folge von unserem Podcast Eingelocht gibt. Jetzt haben wir schon einige Folgen hinter uns und haben uns bis jetzt viel über das Golf unterhalten, aber haben uns noch gar nicht mit den Regeln auseinandergesetzt. Die kommen jetzt, die Golfregeln. Wir unterhalten uns darüber mit Sören Duda, PGA Professional, jetzt hier im Podcast Eingelocht. Ich bin Oliver Kelch und sage nun Mats ab. Der Golf-Podcast mit PGA-Golf-Lehrer Sören Duda. Eingelocht mit Olli und Sören. Sören, grüß dich. Hallo Olli. Wir haben schon fast Ende Januar, heute geht es um Golfregeln. Was ist denn für dich persönlich die wichtigste Golfregel? Die wichtigste Golfregel? Nicht, glaube ich, so viele, aber auch die wichtigste. Ich glaube, die Regel, die auch eigentlich am ältesten ist, spielen wie der Ball liegt. Ja, also, dass du wirklich, um es straflos zu machen, immer von da weiterspielst, wo du den Ball auch wirklich hingeschlagen hast. Also, es ist ja halt so, dass du nicht den Ball dann, wenn du sagst, das sieht aber jetzt hier blöd aus, hier möchte ich nicht spielen, dass du den Ball dann aufheben kannst und woanders hinlegen kannst. Wie man es vielleicht so in dem einen oder anderen Film auch vielleicht mal gesehen hat, wo der Ball dann durchs Hosenbein mal wieder runterfällt. Guck mal, da ist er. Zum Beispiel, ja. Goldfinger. Schlesinger 7. Ja, genau. Nee, das ist für mich einer der wichtigsten Regeln, weil man das auch beim Golfen eigentlich immer versucht erstmal zu machen. Also, dass du den Ball da weiterspielst, wo du ihn selbst hinbefördert hast. Aber nichtsdestotrotz, du könntest den Golfball ja auch mit einem Strafschlag dann woanders hinlegen. Wenn er jetzt also im Aus zum Beispiel liegt, da ist er ja eh vorbei. Genau. Das Spielchen. Richtig. Und dann gibt es ja auch wieder so unterschiedliche Möglichkeiten mit Golflänge und so weiter. Ja, du hast ja jetzt gerade schon das Thema Aus besprochen. Wir haben ja natürlich bei einem Golfplatz eine begrenzte Fläche. Diese begrenzte Fläche machen wir ja oder begrenzen wir ja auch persönlich als Golfclub dann, dass wir sagen, du darfst von der einen Bahn nicht auf die andere Bahn spielen. Beispiel. Muss nicht sein, kann aber sein. Ja, zum Beispiel, um auch das Sicherheitsdenken so ein bisschen zu aktivieren, sag ich mal, wenn du auf eine andere Bahn spielst, um vielleicht einen Vorteil für dich für die Bahn zu haben. Weil so eine Bahn geht ja auch immer um eine Kurve zum Beispiel rum. Also, du spielst auf die Nachbarbahn, um dann schneller zu deinem Ziel zu kommen. Dann kann man sagen, pass auf, die Nachbarbahn ist aber aus, da darfst du nicht hinspielen. Über das Aus zum Beispiel darfst du drüber spielen. Ja, also, solange der Ball in der Luft ist und darüber fliegt, über diese Ausgrenze, ist das alles legitim und erlaubt. Der Ball darf nur nicht in dem Ausbereich liegen bleiben. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, der Ball, wenn er im Aus liegen bleibt, ist er leider so, dass du ihn nicht weiterspielen darfst, ja, weil er deine Bahn verlassen hat. Und dann ist es so, dass du beim Aus eigentlich nur eine Möglichkeit hast, um weiterzuspielen. Um wettbewerbsmäßig weiterzuspielen, also turniermäßig weiterzuspielen. Du musst vom letzten Punkt zurückgehen und musst von dort aus einen neuen Ball spielen. Ob das jetzt der Abschlag war oder es geht darum, von wo du aus... Von wo du los. Genau, wo du gespielt hast. Genau, und dann kriegst du einen Strafschlag. Ja, da kommt häufig die Frage, aber wie soll ich denn wissen, wo ich vorher war? Ja, man markiert den Punkt jetzt nicht unbedingt. Du gehst ungefähr an die Stelle wieder zurück, wo du vorher standest. Meistens hat man... Das sind Orientierung. Genau. Meistens hast du auch da irgendwo dann ein Rasenstück dann vielleicht rausgeschlagen, was ja immer passieren kann. Und man kann sich das schon, glaube ich, einigermaßen orientieren, dass man so nah wie möglich an diesen Punkt zurückkommt. Was ist denn mit Maulwurfhügeln? Jetzt mitten in meinem geraden Weg liegen. Ähm, jetzt musst du es ein bisschen genauer beschreiben. Liegen die zwischen deinem Ball und deinem Ziel und stören dich nicht nur optisch? Stören mich nicht nur optisch. Okay. Also, Maulwurfhügel gehören im Grunde genommen zum Bereich ungewöhnlich beschaffener Boden. Boah. Beziehungsweise erdgrabende Tiere. Erdgrabende Tiere sind sie. Genau. Und das ist im Grunde genommen so, dass du beim Golfen eine straflose Erleichterung bekommst. Du kannst ja das Stolzwurf platt machen. Das darfst du, glaube ich, so jetzt hier nicht sagen. Ich habe mal gehört, dass die unter Naturschutz stehen. Es ist im Grunde genommen so, dass du den Ball dann weglegen darfst, wenn dein Stand, also wenn du dich nicht richtig positionieren kannst, wenn dein Schwung beeinträchtigt ist, also du kannst nicht richtig ausholen oder nicht richtig durchziehen, oder wenn halt die Ballposition beeinträchtigt ist. Dann darfst du den Ball weglegen. Ganz wichtig, immer mal geholfen, nicht näher zur Fahne. Also du musst wirklich, du darfst nicht in Fahnenrichtung, in Zielrichtung gehen, sondern die nächstmögliche Stelle im Halbkreis sozusagen weiter weg von der Fahne. Und dann immer wieder die Diskussion, Blätter, die im Weg liegen oder keine Ahnung, irgendeiner hat aus Versehen ein Papier fallen lassen vom Bonbon und so. Und das liegt dann in meinem Weg auf dem Grün. Darf ich das dann auch wegbeugen? Also nicht nur auf dem Grün, nochmal kurz zur Definition, Grün, wenn wir das so sagen, das ist die Fläche, wo die Fahne steht, die ganz kurz gemäht ist. Im Grunde genommen kann man sagen, Naturstoffe, die lose sind, die nicht mehr angewachsen sind, aber auch natürlich von Bonbon und Papier oder sonst was, darfst du weglegen. Egal, ob das jetzt auf dem Grün ist oder auf dem Fairway oder auf der Spielbahn, das darfst du weglegen. Also auch Naturstoffe, Blätter, Äste dürftest du wegmachen. Da darfst du dann nicht den Ball versetzen, ja, da musst du wirklich diesen Gegenstand weglegen. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Ball spiele, Schlesinger 7, nehmen wir ihm einfach mal und dann ist der weg. Dann nehme ich einen anderen Ball. Muss das wieder so ein Schlesinger 7 sein oder kann das auch irgendein anderer Ball sein? Ich muss einfach nur sagen, das ist jetzt mal ein neuer Ball im Spiel. Genau, also wenn du deinen Ball verlierst, kannst, nicht kannst du, musst du wieder wie beim Aus an die letzte Stelle zurückgehen, solange du nicht in eine sogenannte Penalty Area geschlagen hast zum Beispiel, kommen wir gleich zu. Und dann musst du nicht einen markengleichen Ball nehmen oder mit der gleichen Nummer, die da draufsteht. Im Amateurbereich ist das so, dass du jeden Ball spielen darfst, du kein Dreibingenspalt. Also du darfst den Ball aussuchen, den du benutzen möchtest. Das ist vollkommen egal, welche Marke, welche Nummer du hast. Aber das ist auch nochmal so ein Thema für so einen Podcast. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Bälle und Zahlen, die da... Mehr Zahlen kann ich jetzt schon mal sagen, ist nur zum Wiedererkennen. Ja, die Zahl, die da draufsteht, hat nichts mit auch immer gut. Ich glaube, die meisten denken, die Zahl sagt, wie gut oder wie schlecht der Ball ist. Oder die Farbe sagt, wie gut oder wie schlecht der Ball ist. Also Farbe, Zahl ist erstmal völlig irrelevant. Das hat nichts mit der Qualität des Balles zu tun. Gut zu wissen, aber über Bälle unterhalten wurden es ja noch. Aber du hast jetzt gerade so schön die Penalty Area angeschaut. Penalty Area, genau. Penalty Area. Genau. Ihr merkt, ich bin noch nicht so lange da. Genau, also wir haben im Grunde genommen zwei verschiedene Penalty Areas. Einmal die, haben wir noch gar nicht gesagt, wir haben ja verschiedene Farben auf dem Platz. Ja. Zum Beispiel waren wir gerade... Bis und rot und gelb. Zum Beispiel, genau. Da gibt es noch ein paar mehr Farben. Aber weiß, hast du ja gerade gesagt, das ist das Aus, was wir schon besprochen haben. Also da stehen dann wirklich weiße Pfosten auf dem Platz, beziehungsweise ein Zaun ist vielleicht weiß gemakert, dass der Spieler wirklich erkennen kann, okay, da ist die Ausgrenze. Daraus wird gerade gelb und rot noch gesagt. Das sind diese Farben, die wir bei der Penalty Area haben. Wir unterscheiden da so ein bisschen in zwei Farben, weil wir sagen, wir haben einmal die frontale Penalty Area, das heißt, da ist ein Hindernis, wo wir drüber schlagen müssen. Und wir haben einmal die rote Penalty Area, das ist ein Hindernis, das quasi seitlich zu meiner Spielbahn liegt. Nicht gelb-rot deswegen, weil wir dann auch noch in der Möglichkeit, wie wir weiter verfahren, Unterschiede haben. Ja, also wir haben zum Beispiel, jetzt geht es so ein bisschen auch wieder ins Detail, ich hoffe, das können wir jetzt so erklären, dass das auch dann der eine oder andere auch verstehen kann. Wenn wir jetzt abschlagen und haben einen Teich, wo wir drüber schlagen möchten. Bahn 9. Bei uns jetzt im Jammertal Bahn 9, genau. Da ist ein kleiner Bachgraben, wie auch immer. Wir schlagen also nicht drüber, wir schlagen da rein. Was können wir machen bei einer gelben Penalty Area? Gelb deswegen, weil es ist ja frontal, wir wollten drüber schlagen. Da haben wir die eine Möglichkeit, die wir eigentlich immer haben, wir können immer wieder zum letzten Punkt zurückgehen, von wo aus wir gespielt haben. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir, jetzt wird es kompliziert vielleicht für den einen oder anderen, dass wir den Kreuzungspunkt suchen, wo der Ball in diesen Bereich geflogen ist. Das heißt, wir schauen, wir müssen uns merken, wo der, das Wasserhindernis, diese Penalty Area, die Grenze überschritten hat in der Luft. Oder beim Rollen, ist egal, ob geflogen oder wenn er reingerollt ist. Und diesen Punkt merken wir uns erstmal. Das ist mal ganz wichtig. Ja, dass wir da uns merken, da ist der ungefähr reingegangen. Dann sehen wir ja, wo ist mal die Fahne, wo ich hin möchte, weil wir jetzt eine Linie zwischen der Fahne, eine geraden Linie zwischen der Fahne und dem Punkt, dem Kreuzungspunkt, wo der Ball in diesen Bereich reingerollt oder geflogen ist, ziehen, gedanklich natürlich, und dürfen diese gerade Linie so weit zurückgehen, wie wir möchten. Ja, das heißt, da können wir dann den Ball droppen, auf Kniehöhe fallen lassen, so nennen wir das, und von dort aus dann weiterspielen. Auch hier, wir dürfen nicht näher zur Fahne gehen, wir dürfen nicht auf die andere Seite des Grabens gehen, also dass wir nicht mehr drüber schlagen. Nee, das geht nicht. Wir müssen also nochmal versuchen, über diesen Graben drüber zu spielen. Ich kann aber den Ball dann selber entscheiden, wo ich den hinlege, wenn ich auf dieser Linie bleibe, die bedachten Linie. Genau, du darfst so weit zurückgehen, wie du möchtest, im Grunde genommen. Und da wir ja hier in einem Podcast sind, haben wir das Ganze bildlich jetzt in der Folge von heute verbildlicht mit Baden 9. Genau, richtig. Wenn ich jetzt, Baden 9 liebe ich ja, das ist ja das mit dem Graben und so weiter. Was ist denn, wenn ich über das Grün drüber schlage und dann kommt ja im Jamertal hinter Baden 9 direkt die Baden 8, wenn ich dann auf Baden 8 lande, darf ich von Baden 8 ja nicht weiterspielen. Doch, da ist kein Aus, da sind keine weißen Pfosten, das heißt, du hast auf eine andere Bahn gespielt. Und dann dürfte ich weiterspielen. Da dürftest du weiterspielen. Von Baden 8 dann zurückgucken. Genau. Oder auf das Grün von Baden 9. Genau, es sei denn, du liegst auf dem Grün der Bahn 8. Von einem Grün, von einem fremden Grün darfst du zum Beispiel keinen Schlag runtermachen, also keinen Eisenschlag runtermachen. Wäre ja denkbar bei Bahn 8 und 9. Genau, das könnte passieren. Genau, das könnte passieren. Wenn das so ist, dass der auf dem Grün liegt, darfst du da straflos runtergehen, nicht näher zur Fahne, die nächstmögliche Stelle. Also seitlich dann wahrscheinlich oder nach hinten. Und von dort aus, da dürftest du dann weiterspielen. Aber von diesem Grün darfst du nicht spielen. Aber es ist halt straflos. Also du kannst von da weiterspielen. Mensch, guck mal, wie ihr wart gelehrt heute. Was ist mit diesem Wort vor? Ich höre das so oft. Was ist, wenn man das mal vergisst? Ganz wichtig. Wort vor ist ein ganz wichtiges Thema im Bereich Sicherheit, weil wir, ja, das ist ein internationaler Warnruf, also F-U-R-E geschrieben. Und wenn wir also in eine Richtung schlagen, wo jemand stehen könnte oder wo jemand steht, ja, dann rufen wir laut vor, sodass die Personen das hören würden. Weil wenn du das als Spieler dann hörst, solltest du dich, ja, ich erkläre das immer so, am besten den Kopf schützen, weil, genau, Hände über den Kopf, oben gucken, irgendwie. Ja, oder am besten sich hinter die Tasche nochmal knien, dass du vielleicht dann auch seitlich geschützt bist. Natürlich, jetzt kommen ganz viele, ja, ich weiß ja gar nicht, wo der Ball herkommt. Nein, weiß man auch nicht. Aber wenn du die Fläche so klein wie möglich warst, also dich hinkniest, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen wirst, geringer. Ja, ja, und also es geht meiner Meinung nach erstmal darum, den Kopf zu schützen, weil das doch dann der Bereich ist, der für dich am gefährlichsten werden könnte, wenn du getroffen wirst. Um jetzt mal bitte das nochmal zu relativieren, also ich spiele jetzt knapp 21 Jahre Golf, ich habe selbst noch keinen Ball an den Kopf bekommen, habe auch persönlich, jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich schon mal das erlebt, dass jemand einen Ball an den Kopf bekommen hat. Golfschläger habe ich schon mal erlebt, dass jemand den an den Kopf bekommen hat, aber da sind wir wieder beim Thema Platzreife. Der oder diejenige hatte einfach keine Platzreife, wusste nicht, wo man sich aufhält, ist dann leider zu nah an dem Spieler gegangen, der gerade ausgeholt hat und hat deswegen dann den Schläger an den Kopf bekommen, was auch sehr schmerzhaft ist. Aber das ist so eine Sache, um jetzt wieder zurück zum Thema vorzukommen, dass man das bitte sich auf jeden Fall traut. Am Anfang bei der Platzreife oder nach der Platzreife, die meisten trauen sich das einfach nicht zu rufen, weil sie sagen, nein, wir sind jetzt hier beim Golf, wir müssen leise sein. Nur einmal mehr als zu wenig. Ganz genau, so ist es nämlich. Und auch wenn, ich habe auch ganz häufig die Aussage, ja, ich wusste ja gar nicht, dass ihr da steht. Ja, aber genau deswegen muss ich sie ja dann rufen. Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, ob da jemand stehen könnte, ich habe da hingeschlagen, aus Versehen. Es geht ja meistens das Thema aus Versehen, ja, weil du schlägst ja nicht absichtlich in eine Richtung, wo jemand stehen könnte und jemand zu gefährden. Dafür machen wir auch die Platzreife, dass sowas nicht passiert, aber dann bitte einmal laut Vorruf. So, wir haben über die weißen Markierungen gesprochen, über gelb-rot. Was ist mit rot? Nur rot. Nur rot, genau. Rot ist im Grunde genommen die seitliche Penalty Area, also wenn ein Bach seitlich entlangläuft. Da haben wir die Möglichkeit, wenn wir reingeschlagen haben, wie wir gerade beim gelben schon gesagt haben, immer wieder zum letzten Punkt zurückgehen. Wir haben die Möglichkeit, wie auch bei der gelben, dass wir den Kreuzungspunkt umsuchen, wo der Ball in diesen Bereich reingeflogen ist. Dann wieder zwischen Fahne und diesem Kreuzungspunkt eine gerade Linie ziehen und die so weit zurückgehen, wie wir möchten. Jetzt, wenn man mal darüber nachdenkt, ob das Bild dich vor Augen nimmt, ist diese Möglichkeit dann wahrscheinlich innerhalb der Penalty Area. Ja, wenn du die letzte Grenze nimmst, die dann seitlich ist und dann eine gerade Linie ziehst, bist du meistens innerhalb dieser Penalty Area. Das geht trotzdem. Du dürftest also auch auf der anderen Seite der Penalty Area droppen, wenn es nur ein schmaler Bach ist. Um diese Möglichkeit noch umgehen zu können, gibt es dann noch den Fall, dass du von dem Kreuzungspunkt aus innerhalb von zwei Schlägerlängen den Ball droppen darfst. Das heißt, du misst von diesem Kreuzungspunkt, wo der Ball in diesen Bereich reingegangen ist, misst du zwei Schlägerlängen ab. Also so lange wie der Schläger ist, zweimal nebeneinander liegen und dann ist das der Bereich, wieder wichtig, nicht näher zur Fahne, ist das der Bereich, wo du den Ball droppen kannst und weiterspielen kannst. Ich glaube, ich habe es gerade gar nicht gesagt bei der geben Möglichkeit. Natürlich, ihr habt einen Ball weggeschlagen, das ist nicht straflos. Weil ihr einen Fehlschlag begangen habt, ist das mit einer Strafe verbunden und dann bekommt ihr immer einen Strafschlag dazugerechnet. Also immer, wenn man einen Ball wegschlägt, den man nicht wiederfindet oder nicht weiterspielen kann, oder möchte, gibt es einen Strafschlag. Also die Grundregelstrafe beim Golfen zwei Strafschläge. Jetzt müssen wir unterscheiden. Eine Regelstrafe bedeutet, dass du mehr oder weniger absichtlich gegen die Regel verstoßen hast. Also ein Beispiel, um das mal zu nennen, du spielst vom falschen Ort. Also du hast den Ball falsch gedroppt und spielst von diesem Ort sozusagen weiter oder du spielst einen falschen Ball. Ihr spielst zu zweit, du spielst aus Versehen den Ball des anderen weiter. Das gibt zwei Strafschläge. Und dann muss das so sein, dass ihr dann wieder zurückgeht an die Stelle, wo ihr vorher den richtigen Ball noch hattet und von dort aus dann weiterspielen. Die Schläge, die dann gemacht worden sind mit dem jeweiligen falschen Ball, werden auch nicht mitgezählt. Ihr kriegt dann nur zwei Strafschläge und müsst dann weiterspielen. Also ich merke schon, ich muss mir die Regeln tatsächlich auch nochmal angucken. Das ist wirklich für jeden gut, sich immer wieder mal das Regelbuch zu schnappen oder sich die DGV-Platzreife-App runterzuladen, dort reinzugucken, weil das eine oder andere vergisst. Genau, ich wollte es gerade sagen. Also es ist immer sinnvoll, nochmal diese Platzreife-App, weil das sind 170 Fragen, die ja schon an der Realität sehr nah dran sind, um einfach mal sich das nochmal durchzulesen. Oder einfach wirklich ein Regelbuch in der Tasche haben, um einfach mal diese Sachen zu können. Weil wir haben ja, das wirst du noch wissen aus den 170 Fragen. Go, tip, kommt. Ich sage es einfach, alle vier Jahre werden die Regeln erneuert, verändert. Genau, richtig. Und also ich glaube, es ist, ohne das Böse zu meinen, ähnlich wie beim Führerschein. Ich habe es selbst mal ausprobiert. Ich habe noch nicht in Anführungszeichen so lange den Führerschein. Ja, ich werde 33, ich habe mir den 17 Führerschein gemacht. Ich habe mal danach noch versucht, so einen Bogen auszufüllen und ich bin sangklanglos gescheitert. Und ich glaube, dass es bei der einen oder anderen Regelsache beim Golfen ähnlich ist. Ja, also es macht mit Sicherheit Sinn, mal zwischendurch sich nochmal die Regeln anzugucken oder vielleicht sogar mal bei einem Regelkurs, den die Golflehrer in den jeweiligen Clubs auch mit Sicherheit anbieten, einfach mal teilzunehmen, um einfach so ein bisschen diese aufgeschaut zu haben. Also mit dem Führerschein gebe ich dir recht, meiner ist jetzt ja schon, keine Ahnung, über 30 Jahre her. Damals hatte ich eine DIN-A4-Seite mit ein paar Fragen drauf, das war es. Ich auch noch. Also meine Kinder, die haben jetzt den Führerschein gemacht, die müssen jetzt glaube ich 1.700 Fragen beantworten. Ja, aber auch digital mit einer App, das hatte ich auch nicht. Aber diese Folge hat mir jetzt gerade gezeigt, es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute von euch jetzt da sitzen und sich sagen, meine Güte, das verstehe ich alles gar nicht, was sie da erzählen. Also wir sind nach der Produktion dieser Folge sind Sören und ich über den Golfplatz gerannt und haben uns dann diese Positionen, die Sören gerade schön beschrieben hat, Baden-Neuen, Baden-Acht und Aus und Rot und so, wir haben die fotografiert. Ich empfehle euch an dieser Stelle jetzt mal auf YouTube zu wechseln und zwar dort sich den Podcast eingeloggt auf YouTube anzusehen, denn an den jeweiligen Stellen habe ich dann Bilder eingebaut und dann könnt ihr euch diese Position angucken. Ich glaube, das verdeutlicht das Ganze dann noch ein bisschen. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, also während ihr das jetzt hier hört, überlegen wir uns das gerade, ist ja nicht live, Podcast ist ja aufgezeichnet, schaut bei YouTube rein, da gibt es den Podcast eingeloggt auch und da haben wir es schön nochmal bildlich dargestellt. Das nennt man Service am Kunden. Sören, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golf-Lehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de www.sdgolf.de www.sdgolf.de